Paul, ist das hier? Ist kaputt! Leute, wir haben 15 Sekunden, um uns zu verstecken. Sarah, du gehst auf den Baum, du bist schnell. Erik, du kommst besser mit mir, du kleines Dickerchen. Komm, ich werde nichts sagen, Mama, weil ich habe schon gebügelt, mein Zimmer aufgeräumt und geputzt. Ich möchte jetzt bitte noch eben das Buch zu Ende lesen. Wer von euch kommt mit ins Hollow House? Ich habe Angst. Angst? Was ist das denn? Was bekomme ich von euch, wenn ich die Zunge an die Stange halte? Gar nichts. Hä? Oh Mann, ey. Ich mache es einfach. Keine, ich verspreche es dir. Kevin, mit wem sprichst du da? Ich rede hier nur mit meiner Freundin Alissa. Da ist aber niemand im Raum. Wie? Wie? Hier ist keiner im Raum. Da ist sie doch.